Ja, dann begrüße ich Sie also nochmal ganz herzlich zum vierten und abschließenden Teil des heutigen Konferenztags. Ich glaube, wir haben schon sehr viel gelernt über den Zustand der Wirtschaftswissenschaften, dass mit viel Leidenschaft diskutiert wird, dass es viele unterschiedliche Meinungen gibt, aber doch irgendwie, ich sehe so einen gewissen Trend jetzt auf der dritten Konferenz, dass man wieder ein neues Fundament gefunden hat, auf dem man sich wohlfühlt und auch wieder ein gewisses Selbstvertrauen, dass die Wirtschaftswissenschaften doch einiges beitragen können in der Politikberatung und auch an Handlungsanweisungen. Ja, im letzten Themenblock wollen wir jetzt die Perspektive mal ein bisschen umdrehen und mal ein bisschen von außen auch auf die Wirtschaftswissenschaften schauen, ein bisschen abknüpfend an aktuelle Tendenzen im gesellschaftlichen Diskurs, denn es gibt ja doch eine zunehmende Ablehnung, vielleicht Feindseligkeit gegenüber der Politik, gegenüber den Medien, auch gegenüber der Wirtschaft in der Bevölkerung, die auch so ein bisschen die Wirtschaftswissenschaften vielleicht mit einschließt. Und da ist die Frage, ist das der Ausdruck eines generellen Vertrauensverlustes in das politische und wirtschaftliche System unseres Landes? Und ja, was heißt das Ganze eigentlich für die Wirtschaftspolitik, für die Durchsetzbarkeit von wirtschaftlich vernünftigen Projekten, wie zum Beispiel TTIP? Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir in Vertretung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel seinen Staatssekretär hier haben, Herrn Dr. Rainer Sontowski, der die Keynote hält, also er kennt Politik, Medien und Wirtschaft gleichermaßen, kommt auch aus Niedersachsen und ist jetzt schon seit einigen Jahren beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ist Politologe und Historiker von der Ausbildung her und war auch zweimal länger Leiter des Büros Sigmar Gabriels als SPD-Vorsitzender und unter anderem auch Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium und im Presse- und Informationsamt. Ja, Herr Dr. Sontowski, ich bitte Sie auf die Bühne zu Ihrer Keynote. Herzlichen Dank. Ja, so groß bin ich nicht. Ich versuche aber, die Zeit Ihnen nicht zu lang werden zu lassen. Erstmal darf ich mich, lieber Herr Hallmann, für die Anmoderation bedanken. Meine Damen und Herren, jetzt hatte ich vermutet, dass auch noch Bert Rürup hier ist. Er ist nicht hier. So fängt das an mit den Redemanuskripten, wo dann steht, sehr geehrter Herr Professor Rürup. Aber ich habe Frau Achleitner eben schon draußen begrüßen können. Sie stand hinter einer kleinen Theke und sah verdächtig danach aus, als würde sie dort auch Lampen verkaufen, weil so viele Lampen dort rumstanden. Aber wir wurden gleich miteinander bekannt gemacht. Sehr geehrter Herr Fahrendt schon, sehr geehrter Herr Professor Fuest, wir haben eben draußen am Kaffeestand gesagt, warum gibt es so wenig ökonomischen Sachverstand im Bundeswirtschaftsministerium? Ich muss dir ja zugeben, ich bin Politologe. Aber ich versuche mal, das Beste aus dieser Situation zu machen für Sie alle, damit Sie ein wenig Unterhaltung haben, jedenfalls Unterhaltung in der Form, dass ich natürlich ganz, ganz schwer meinen Chef ersetzen kann. Ich hatte eben draußen auch jemandem gesagt, Mensch, einen Bundeswirtschaftsminister und SPD-Vorsitzenden einzuladen, dreieinhalb Wochen vor einer Landtagswahl, dann noch in einer Sitzungswoche und dann noch, wenn die Fraktion gerade parallel tagt. Das fand ich schon sehr mutig. Als ich Büroleiter war, hätte ich gesagt, den Termin, der wackelt. Der wackelt schon, sagen wir mal, eine Woche vorher. Eine Woche vorher hat mich das dann auch erreicht, dass ich hier zu Ihnen reden darf. Wir wollen heute darüber reden, das hat einen unglaublich langen Titel. Ich habe mir das angeguckt, da habe ich gedacht, oh, wer ist auf diesen Titel gekommen? Kommunikationsstörungen zwischen Ökonomen, Unternehmen, Politik und Öffentlichkeit. Wie erklärt sich der starke öffentliche Widerstand gegen TTIP und andere ökonomisch getriebene Projekte? Ich habe gedacht, oje, daraus könnte man eine Magisterarbeit machen, jedenfalls zu meiner Zeit. Heute gibt es ja nur noch Bachelor und Master. Aber die Tatsache allein, dass diese Konferenz jetzt das dritte Mal stattfindet, spricht ja schon dafür, dass die Reflexion über das Denken, jedenfalls über das herkömmliche ökonomische Denken anhält. Und ich denke, diese Konferenz hat längst den Status einer Tradition überschritten. Man würde fast sagen, es gehört zum Brauchtum. Vom Weltkulturerbe sind wir noch etwas entfernt. Aber die Finanzmarktkrise, die ja jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, zeigt wiederum, dass das immer noch so ein bisschen ein schwankender Boden ist. Sonst würde man sich ja nicht mit dieser Krise so beschäftigen. Wenn ich manchmal in die Medien reinschaue, habe ich auch den Eindruck, die Krise ist immer da. Es ist fast schon der Normalzustand. Aber ich glaube, dass wir bei solchen Konferenzen und anderen Diskussionen, wie wir sie heute führen, gedanklich vielleicht in vielen Punkten doch weiter sind, als vor fünf oder zehn Jahren. Das Wissen jedenfalls darum, dass wir wachsen und dass wir innovativ bleiben müssen, um auch den Standort Deutschland so zu behaupten, wie wir ihn bisher behauptet haben, das glaube ich, ist bei vielen jedenfalls vorhanden. Im Jahr 2016 müssen wir sicherlich nicht mehr darüber sprechen, dass die Annahmen des sogenannten Homo economicus, jedenfalls wie ich ihn verstehe, dass die vielleicht doch zu kurz greifen. Ich habe eben noch ein bisschen vom Rest der Debatte mitbekommen über Verhaltensökonomie. Ich mache das immer so sehr praktisch fest, dass das viele Leute gibt, die tagtäglich nicht nur von 9 to 5 arbeiten, sondern sehr unterwegs sind, sehr engagiert in ihren Jobs, manchmal 13, 14 Stunden, dann kommen die abends nach Hause und sagen zu ihrer Familie übrigens, jetzt kümmere ich mich noch um Flüchtlinge oder ich kümmere mich um eine Aufgabe im Hospiz oder ich kümmere mich um Straßenkinder. Und das zeigt mir jedenfalls, dass es eine andere Verantwortung von ökonomisch Schaffenden gibt in unserer Gesellschaft. Aber klar ist für mich jedenfalls, dass wirtschaftliches Wachstum eben nicht nur das einzige, wenn auch ein sehr wichtiges wirtschaftspolitisches Ziel darstellt. Zugleich bin ich allerdings auch überzeugt, dass die Diskussion über Grundlagen einer modernen Wirtschaftspolitik weiterhin intensiv geführt werden muss. Damit erhoffe ich mir auf der einen Seite eine Weiterentwicklung unseres Modells der sozialen Marktwirtschaft, aber ich erhoffe mir auch eine Vertiefung von Kenntnissen, die wir vielleicht bis jetzt schon hier in diesem Kreis gewonnen haben und zu der wir ja vielleicht in der Diskussion kommen werden. Was die thematische Einführung angeht, habe ich eben etwas über den komplizierten Titel gesagt, aber mir ist irgendwie auch klar geworden, dass die Debatte in unserem Land zu Fragen der Wirtschaftspolitik mit Befunden hantiert, die eigentlich am Ende nicht so richtig überraschend sind. Die Qualität der Wirtschaftspolitik in einer Demokratie ist ja nicht zuletzt auch abhängig von der Qualität einer wirtschaftspolitischen Debatte und nur in wenigen Zeitungen wird das, was wir Debatte nennen, überhaupt geleistet. Also wenn ich mal schaue, was diesen Debattenbegriff angeht, gibt es ja nur ganz wenige Zeitungen, ich nehme mal die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ oder das Handelsblatt, die sich die Mühe machen, über mehrere Ausgaben hinweg ein Thema zu spiegeln. Viele machen das ja gar nicht, sondern für die ist Wirtschaft am Ende ein Ereignis, es ist eine Entscheidung, es ist ein Prozess, aber dass das eine ernsthafte Debatte ist, wo man an einem Thema bleibt, diesen Eindruck habe ich nicht. Deshalb begrüße ich das heute für mich, ich finde das auch gut, dass wir zu diesem Thema heute diskutieren, ein gutes und fast extremes Beispiel anhand sich dieser Themenzusammenhang entwickeln kann, ist natürlich den Bundesbürgern als TTIP besonders bekannt und wenn ich mir vorstelle, verglichen mit Diskussionen, die wir vielleicht vor 20 Jahren hatten in den 90er Jahren, als der Westen gesiegt hatte, wie das mal Peter Slotardai sagte oder der Kapitalismus allein zu Hause war, haben wir allerdings völlig veränderte Zeiten. Ich glaube, dass wir mit der öffentlichen Auseinandersetzung zu TTIP nach meinem Empfinden jedenfalls nicht zufrieden sein können. Das hat was mit uns zu tun, das hat aber auch was mit Eliten zu tun, jedenfalls Eliten nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, vielleicht auch in der Wissenschaft, darauf werden wir ja später noch zu sprechen kommen. Bevor ich aber auf die Qualität, meine Damen und Herren, zu sprechen komme, würde ich eins vorweg auch klarstellen, Sie wissen ja, dass wir uns für ein entsprechend ausgehandeltes Abkommen einsetzen als Bundeswirtschaftsministerium. Das bedeutet aber wiederum nicht umgekehrt, dass wir unkritische Anhänger von TTIP sind und zwar aus einem einfachen Grund. Wir wissen eigentlich noch nicht, wie der Vertragstext nach Beendigung der Verhandlungen aussehen wird. Das ist bei vielen Akteuren, die sich draußen bewegen, völlig anders. Die wissen das schon. Bei vielen Medienvertretern habe ich den Eindruck, die wissen auch schon, wie das wirklich am Ende im Leben aussieht. Und in der Bevölkerung habe ich auch manchmal so einen Eindruck, dass die Meinungsbildung längst abgeschlossen ist. Klar ist, wie so vieles im Leben, es kommt auch in der Wirtschaftspolitik am Ende auf das Wie an, also auf die Frage der Ausgestaltung und unter Ökonomen ist ja die Formel relativ beliebt und bekannt. It depends. Insofern sollte man auch in Deutschland nicht gleich kategorisch an vermeintliche Gesetzmäßigkeiten und historischen Regeln hängen. Natürlich gibt es ein starkes theoretisches Argument für Freihandel. Ich glaube, das ist auch hinreichend ausgetauscht. Das hat was mit Vereinheitlichung von Standards, mit Regeln zu tun, die zu mehr Wohlstand und Lebensqualität beitragen. Und wenn man sich, sagen wir mal, die Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut, hat sich die Realität ja auch vielfach mit der Theorie gedeckt. Denken Sie nur an den Erfolg des europäischen Binnenmarkts oder überhaupt daran, dass die große Aufbruchsphase von Freihandel nach den schrecklichen Ereignissen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ja im Grunde genommen die Phasen dieses Krieges abgelöst hat. Dann kam Freihandel auf. Frieden und Freihandel, das war sozusagen mal ein Worttandem. Und manchmal sage ich etwas, wenn ich in privaten Zusammenhängen für TTIP werbe, da muss ich mir auch mal sagen, Tempi Passati, Offensichtlich des Anders, also die Globalisierungswellen, jedenfalls der 80er und 90er Jahre, da stand das Thema in einem völlig anderen Licht, was Freihandel angeht. Damals kam allerdings auch schon erstmals Wachstumskritik auf und es kam Wachstumsskepsis auch. Und während bislang alle nahezu gesellschaftlichen Teile von der zunehmenden Internationalisierung profitiert haben, hatte dann die Einbeziehung Südostasiens und insbesondere Chinas in die Weltwirtschaft bereits eine, ich würde fast sagen, ambivalente Wirkung auf die Lebenslagen in Deutschland. Denken Sie an die Diskussion um weltweite Arbeitsteilung, um Produktionsverlagerung, die erstmals anstanden, Wettbewerbsdruck der Zunahm, vor allen Dingen für einen Teil der Bevölkerung mit einer fast asymmetrischen Folge für Arbeitsplätze in Deutschland. Das bedeutet wieder umgekehrt, während gut ausgebildete Fachkräfte schon damals und Akademiker erheblich profitierten von dieser Arbeitsteilung und von der Globalisierung, wurden eben gering qualifizierte Kräfte durch die Integration von mehr als einer Milliarde unqualifizierter Arbeitskräfte in die Weltmärkte erheblich unter Druck gesetzt. Wir vergessen das manchmal. Es gab sozusagen einen Lohn- und Verdrängungsdruck. Und diese Kompensation, die im Gegenzug hätte geschehen müssen, hat eben nicht stattgefunden und wir müssen uns das auch ein bisschen eingestehen, dass wenn man über Produktion und Konsumtion redet, dass eine etwas günstigere Waschmaschine am Ende die Unsicherheit des eigenen Arbeitsplatzes nicht ausgleichen kann. Das sind sozusagen die Nebenwirkungen von Globalisierung. Und das ist vielleicht auch ein Grund für Vorbehalte gegen Freihandel, gegen TTIP, weil die Verteilungsfrage manchmal von den Befürwortern des Freihandels gern übersehen wird. Spätestens heute, meine Damen und Herren, bedarf es allerdings auch einer differenzierteren Betrachtung und Analyse, die vielleicht mögliche Verteilungswirkungen auch berücksichtigt. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Das Gleiche gilt sicherlich auch für ökologische Aspekte. Es gibt manchmal wenig Sinn, den ökologischen Wandel in einer Gesellschaft voranzutreiben oder in einer entwickelten Gesellschaft, indem man viele Güter unter geringeren Standards in der Wertschöpfungskette am Ende der jedenfalls bekannten Welt herstellen lässt. Und vor diesem Hintergrund kann es eigentlich nicht überraschen, dass viele Menschen in Deutschland jedenfalls eine kritische Haltung gegenüber Globalisierung einnehmen. Die Schlussfolgerung darf allerdings nicht sein, keine Abkommen mehr zu unterzeichnen. Vielmehr müsste es uns darum gehen, aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen und vielleicht bessere Regeln und Abkommen zu finden. Insofern würde ich mir wünschen, dass die wirtschaftspolitische Debatte in Wissenschaft und Gesellschaft sich mehr mit dem Wie als mit dem Ob beschäftigt. Aber Sie wissen aus Erfahrungen, vielleicht aus Ihren privaten Kreisen, aber auch aus beruflichen, dass die deutschen Debatten manchmal unter einem, ich nenne das jetzt mal Rigorismus des Entweder-oder-Leiden. Also Sie müssen schon hart argumentieren und dann auch freundlich argumentieren. Dann müssen Sie auch noch überzeugend sein und dürfen nicht zu bestimmen sein, wenn Sie Chancen haben wollen. Ich erwarte von den Ökonomen, dass sie vorurteilsfrei an solche Fragestellungen herangehen. Ich kenne ja ein Beispiel, manchmal benutzen wir es ganz gern, jedenfalls diejenigen, die im Bundeswirtschaftsministerium ein bisschen anders orientiert sind. Ein Mindestlohn muss nicht immer schädlich sein. Jedenfalls haben die jüngsten Erfahrungen gezeigt, dass auch die Wirkung für den sozialen Frieden nicht überschätzt werden darf. Ich halte übrigens den Mindestlohn für eine der großen Reformen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Vielleicht werden wir das in 10, 15 Jahren erst so feststellen. Und ein Freihandelsabkommen, das war aber kein mutiger Zwischenruf, bitte lauter. Jedenfalls um ein Freihandelsabkommen durchzusetzen, braucht man am Ende auch wahrscheinlich eine intensivere Debatte mit denen, die sich betroffen fühlen. Und damit bin ich so ein bisschen beim Fall TTIP im Detail. Was die Praxis der öffentlichen Kommunikation zu Wirtschaftsfragen angeht, entspricht sie ja nicht dem Ideal einer sachgerecht informierten und abwägenden öffentlichen Debatte, zumal es, glaube ich, auch keine hochkohärente Kommunikation gibt. Es gibt ja zu viele Sender, wir werden vielleicht nachher darüber noch sprechen, die in dieser Debatte in den vergangenen Jahren im Grunde genommen mutig gesendet haben und wenig Resonanz gefunden haben. Ich finde auch, die bisherige Diskussion zu TTIP ist fast symptomatisch für eine missglückte Form der Kommunikation. Statt einer manchmal Debattenkultur des, ich würde jetzt mal sagen, es kommt darauf an und dann auf leiser Tonlage, wurden wir eigentlich alle Zeugen einer pauschalen und fast kategorialen Festlegung. Aber auch das liegt nicht immer in der Hand der politisch Regierenden. Vor gut zwei Jahren begann ich im Bundeswirtschaftsministerium meinen Job und da hatte ich sofort TTIP gehabt. Der Minister hatte uns zu einer Besprechung eingeladen und wir sahen den ersten Button. Und auf diesem Button standen nur drei Wörter. TTIP ist böse. Und da wusste ich, das wird ganz schwierig. Das wird ganz schwierig, denn TTIP ist böse, das ist so praktisch etwas, wo ich sage, das ist völlig unpolitisch, das ist aber auch wirkungsvoll und dagegen anzuargumentieren. Und das müssen sie auf einer Vernunft-Ebene schaffen und nicht auf einer Gefühlsebene. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommen die Chlorhühnchen, die Gentomaten, die deutsche Lebensart ist bedroht, die europäische sowieso, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht kurz vor dem Niedergang. Qualitativ ist er das zwar schon, aber das hat noch keiner gemerkt. Die Gewachsenen, das finde ich mal gut, weil ich bin nun leider Besitzer einer Zweitwohnung in Brandenburg. Ich muss zweimal Rundfunkbeitrag bezahlen, kann aber nie an zwei Orten sein. Das fand ich schon richtig blöde. Das wird jetzt auf einem Sperrkonto, glaube ich, gehalten. Aber ich habe vor kurzem gelesen, das Geld wird gespart für die Pensionen der Menschen, die in diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zumindest 25 Cent werden zurückgelegt. Und da habe ich gedacht, okay, ich glaube nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk an TTIP zugrunde geht. Aber da war ich mir richtig sicher. Nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte das auch noch verbreitet. Das ist mein Lieblingssender, Deutschlandfunk, weil ich kann nichts anderes hören als Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Das ist auch das Einzige, was werbefrei ist. Ich hätte immer gesagt, ich zahle gern drei Rundfunkbeiträge, aber das Alleinstellungsmerkmal für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk müsste Werbefreiheit sein, weil das wäre das Einzige, womit man sich von anderen abhebt. Dummerweise wird das Geld gebraucht, um ganz, ganz teure Sportveranstaltungen zu kaufen. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Jedenfalls, Sicherheitsstandards zu erhalten, trotz TTIP oder wegen TTIP, einheitliche Standards zu schaffen, ob bei Kindersitzen, Mobiltelefonen oder Autos, das hielte ich schon immer für einen jedenfalls vernünftigen Ansatz von Freihandel. Und stattdessen haben wir ja auch die Vielschichtigkeit von Inhalten und die unzureichende Transparenz der Verhandlungen. Die haben ja dazu beigetragen, dass der Nährboden jedenfalls für falsche Informationen, auch für Kampagnen, die diskreditierend waren. Darüber will ich aber nicht klagen. Das ist halt so, jedenfalls dann, wenn Sie in der Politik arbeiten und selbst wenn Sie nur Staatssekretär sind, damit müssen Sie halt zurechtkommen. Wir haben eben darüber geredet, Herr Fußt und ich, dass er jetzt sozusagen eine praktisch beobachtete Figur wird, ständig Porträts, ist er wieder Sinn, ist er anders und wie anders ist er. Also sozusagen man wird zur öffentlichen Figur. Als Staatssekretär kann ich jeden Tag zum Bäcker gehen, keiner erkennt mich. Bei Herrn Gabri ist das anders, bei Herrn Fußt wird schon erkannt, mindestens von Wirtschaftsjournalisten und alle werden sich fragen, wann lässt er sich die Schifferkrause wachsen und wahrscheinlich wird er es nicht tun, aber vielleicht wird er mal unrasiert aus einem Segelurlaub zurückkommen und dann wird man sagen, guckt euch das an, er wird vielleicht doch wieder Sinn. Jedenfalls muss man ein guter Performer sein, heute auch als Ökonom und die kritische Berichterstattung traf bei TTIP die Vorbehalte einer inzwischen, glaube ich, auch, würde fast sagen, alarmierten Bevölkerung. Die hat dann auch ein bisschen zum Zerrbild beigetragen, das viele Deutsche inzwischen haben, wobei ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren war TTIP eigentlich noch nicht das Verliererthema in der Bevölkerung. Es gab sogar in Anführungszeichen eine hohe Zustimmungsrate. Nicht, weil die Leute zu wenig wussten, meist geht es ja sowieso zwischen Dogmatismus und Desinteresse ist ja immer das Feld, wo sich politische Entscheidungen möglicherweise ereignen, aber das Interessante war, dass erst danach, als in Anführungszeichen die Flut langsam stieg, der öffentlichen Berichterstattung, ja dann geht der letzte ruhige Fleischerhund sogar auf den Baum und dann waren auch die Leute auf dem Baum und die neuen Medien, das jedenfalls mein Eindruck, haben da durchaus nicht dämpfend gewirkt, aber ich will jetzt keine Internetkritik machen, weil im Internet finden sie eben halt das, was sie suchen und wenn sie Zeitung lesen, dann finden sie das Überraschende, das ist nun mal so und trotzdem wird auch das Handelsblatt immer Handelsblatt online brauchen, weil manche Nachrichten müssen halt schneller auf dem Markt sein. Ja und dann kam natürlich das große Thema der Geheimniskrämerei bei TTIP, was haben die da in den Hinterzimmern, dann wurden die verfolgt, die Verhandler und dann hat man gesagt, ja in dem Hotel in Brüssel, keiner wusste so genau. Wir haben versucht dem zu begegnen, in dem sich auch mein Minister von Anfang an dafür eingesetzt hat, zumindest die Mitglieder des Deutschen Bundestages schon, das war ein großer Kampf, am Anfang durften ja nur die Regierungsräte quasi in die amerikanische Botschaft gehen, kein Abgeordneter. Das war zumindest für die Abgeordneten ein, ich würde sagen, auch nicht ganz zuträgliches Verhalten. Das haben wir jetzt verändert, es gibt sogar einen Leseraum, aber auch damit sind zumindest manche der Zeitungen, die ich lese, auch morgens, dazu gehört auch die Taz nicht ganz einverstanden, auch die Blogs finden das nicht so richtig gut, die Abgeordneten finden es auch nicht gut, dass sie ihre Handykameras nicht mitnehmen können und vom Bildschirm die Dokumente abfotografieren dürfen. Also das alles ist noch sozusagen ausbaufähig. Und was die umstrittenen Schiedsgerichte angeht, da konnten wir jedenfalls auf Initiative Deutschlands, am Anfang wollten das die Europäer nicht, eine Menge Fortschritte erzielen. Vielleicht werden die Schiedsgerichte nicht mehr Gegenstatt eines künftigen Vertrages sein und stattdessen soll ein öffentlicher bilateraler Investitionsgerichtshof überklagen wegen der Verletzung von Investorenrechten entscheiden. Am Ende ist es so, dass solche Fortschritte in meiner Wahrnehmung aber eben nicht dazu führen, dass ein beträchtlicher Teil der deutschen Öffentlichkeit dazu bereit wäre, neu über TTIP nachzudenken. Die kategorische Ablehnung, glaube ich, bleibt bestehen, weil wir mit einem starken Applant, auch später mit einem durchaus initiativen Angriff, zwar die EU überzeugen konnten, wir aber nicht vor die Welle der Empörung kamen. Wir haben im Ministerium inzwischen einen massiven, unmittelbaren Austausch mit Bürgern organisiert. Wir haben unser Bürgerdialogreferat, ich glaube, wir haben tausend kleine Anfragen beantwortet. Wir haben mit der Zivilgesellschaft Dialoge organisiert, mit den Kirchen, mit den Gewerkschaften, wir machen eine ganze Menge Livechats etc. Der Minister macht selbst mit, aber sie merken halt, wenn eine Stimmung so ein bisschen gekippt ist, ist es ganz schwierig, sozusagen Vernunft wieder zu erzeugen. Und in den meisten Fällen schaffen wir es auch bei manchen Bürgern durch sachliche und korrekte Informationen viel zu erreichen, aber wir schaffen es nicht, die sozusagen festgelegten Menschen zu erreichen. Jetzt könnten wir viel jammern, dass sich manche Medien ebenso wie einige Verbraucher und Umweltverbände vielleicht die Frage nicht gefallen lassen wollen, ob man nicht von Beginn an ausschließlich nur die Haare in der Suppe gefunden hat. Aber dieses Lamento hilft am Ende nicht weiter. Es stimmt, es gibt politische Strömungen in unserer Gesellschaft, die sich gern hinter pauschale Urteile zurückziehen, wo eine jedenfalls vernünftige Debatte kaum noch zu gewinnen ist. Und ich finde auch, es gibt gute Gründe, mit denen man der amerikanischen Kultur, vielleicht auch der Kultur des derzeitigen Amerikas sozusagen einen kritischen Blick vorwerfen kann. Aber leider tun das auch diejenigen, die auf Demos mit Jeans, Hosen, Hip-Hop hörend und danach einen Tarantino-Film sich anschauen, die machen das dann auch. Also alle diejenigen, die Profiteure sind der Freiheit des Westens und auch der Kultur, die sind, was TTIP angeht, dann plötzlich ganz, ganz kritisch. Das alles sage ich im Freundeskreis, dass quasi ein naiver Anti-Amerikanismus sich jedenfalls Europa nicht leisten kann. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, auch gemeinsam mit den USA Standard zu setzen, sollten wir dies tun. All das versuchen Sie vielleicht auch in Ihrem privaten Kreis oder in Ihren beruflichen Zusammenhängen zu schaffen. Aber am Ende merken wir doch, das ist noch eine ganze Menge Arbeit, die wir da vor uns haben. Das Gleiche gilt allerdings auch für große Themen wie Globalisierung. Und wenn ich da in meinen Kreisen, wo ich manchmal bin, ganz normale Leute und sage ihnen, wo die Vorteile der Globalisierung, oh, da muss ich mich aber schon verdammt anstrengen. Das ist hier ein bisschen einfacher. Das ist ein homogeneres Publikum hier. Aber fragen Sie mal die Leute, so fünf Kilometer Luftlinie in den Quartieren, wo man hinter Globalisierung eher eine Bedrohung sieht. Und vor diesem Hintergrund bin ich manchmal erstaunt, wie leichtfertig mancherorts mit den institutionellen Grundlagen von Internationalisierung und Globalisierung verfahren wird. Wer sich jedenfalls kategorisch gegen Handels- und Investitionsabkommen mit den USA ausspricht, der sollte sich mal die Frage stellen, wie Europa denn ohne die Institution eines gemeinsamen Binnenmarkts aussähe. Ich bin allerdings, meine Damen und Herren, auch ein bisschen selbstkritisch. Das muss man auch sein, weil die schiefe Debatte geht auch auf die Politik zurück. Hier wurden Fehler gemacht und ich nehme uns da auch als BMW nicht aus. Man hätte vielleicht früher antizipieren und auch erkennen müssen, dass es an Transparenz und ein Mindestmaß jedenfalls auch an Öffentlichkeit bedarf, um die Gesellschaft jedenfalls gegenüber TTIP einigermaßen offen zu halten. Vielleicht haben wir auch als Elitenakteure manchmal auch selbst schuld, dass wir das nicht früh genug versuchen zu vermitteln, indem man möglicherweise auch schon früher sich auf dieses Thema konzentriert und nicht nur die Rückseite, die Kommentarseite des Handelsblatt damit beflastert. Manches ist schwierig, es ist auch ein mühseliges und manchmal auch vielleicht technisches und branchenspezifisches Unterfangen, die Vorzüge des Abkommens immer im Einzelnen zu erklären. Dagegen ist eben TTIP ist böse, ziemlich plausibel für den normalen Menschen, weil das ein Werturteil ist, was man dann schwer widerlegen kann oder man braucht viel Zeit. Und wer einmal an einem Infostand stand, der weiß, wie wenig Zeit manchmal Leute haben oder man mit einem Querulanten über eine Stunde diskutiert, der dann am Ende doch sagt, ja, ja, das war ganz nett, aber wählen können wir sie nicht. Jedenfalls hat der starke öffentliche Widerstand gegen TTIP viele Ursachen, manche sind TTIP-spezifisch. Es hat viel mit Distanz, Deformation zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass es eine Entfremdung von Wirtschaft und Wachstum gibt. Und die Debatte um TTIP, meine Damen und Herren, offenbart auch Aspekte, die für die wirtschaftspolitische Debatte vielleicht insgesamt relevant sind und wir kommen vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Wir können aus der TTIP-Debatte jedenfalls einiges für öffentliche Debatten überhaupt über bestimmte Großvorhaben und Projekte und Entscheidungen lernen. Die Entfremdung ist meine Beobachtung gegenüber Wirtschaft im Allgemeinen und gegenüber wirtschaftspolitischen Wachstumszielen nimmt zu, jedenfalls in bestimmten Kreisen. Dass ein politisches Vorhaben zu zusätzlichen Wachstum und damit auch zu mehr Beschäftigung führt, ist für große Teile der Bevölkerung heute kein wirklich überzeugendes Argument mehr. Dies mag daran liegen, dass es uns materiell manchmal gut geht. Ich frage mich ja selbst auch, woran liegt das, dass viele Leute die Voraussetzungen für Wohlstand in Anführungszeichen gar nicht mehr antizipieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt über Jahre hinweg an einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt in Deutschland gewöhnt sind, dass sich ein mäßiges Wachstum gut entwickelt hat. Jedenfalls hat es sozusagen zu einer Form von Beschäftigung geführt, wo viele Leute einigermaßen zufrieden sind. Es gab mal, glaube ich, ein Buch, das hieß irgendwie der Traum von immerwährender Prosperität und Wohlstand und das hat sich jetzt so ein bisschen, glaube ich, in die Gedankenwelt von vielen Leuten reingefräst, sodass sie glauben, das geht immer so weiter, ohne dass man sich weiter anstrengen muss. Und vor diesem Hintergrund erscheint vielen eben wirtschaftliches Wachstum heute weniger entscheidend als vor 20 Jahren. Das, was immer da ist, da weiß man nicht mehr so richtig, warum das überhaupt da ist und wie viel Arbeit und Anstrengung das möglicherweise kostet. Also das mangelnde Bewusstsein über die Grundlagen eben unseres materiellen Wohlstands stellt auch ein Problem dar. Manche Dinge werden eben als selbstverständlich betrachtet. Wir befinden uns, glaube ich, was die Altersstruktur unserer Gesellschaft angeht, noch in einer jetzt vergleichbar günstigen Lage. Das sind auch zum Teil Dividenden der Reformprozesse der nach 2000er Jahre. Diese historisch günstige Phase im Rückblick der Wirtschaftsgeschichte wird aber nicht anhalten. Das wissen viele von Ihnen. Eigentlich muss man jetzt sozusagen die nächsten Schritte antizipieren. Bei der Energiewende stehen wir zwar nicht mehr ganz am Anfang, haben aber noch einen sehr langen Weg vor uns. Und die sozusagen anhaltende Schwäche, die wirtschaftliche und die institutionelle Schwäche Europas droht derzeit. Wir gucken auf den Europäischen Rat diese Woche in eine ernsthafte politische Krise zu münden. Vielleicht kommt auch noch das Flüchtlingsthema hinzu. Das wollte ich aber hier heute nicht gesondert aufrufen, weil dazu kann man eine eigene Veranstaltung machen. Deshalb biege ich jetzt mal kurz in die Schlusskurve. Ich habe vor dem von mir genannten Hintergrund Zweifel, ob es allen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Lande hinlänglich klar ist, dass wir mehr tun müssen und das heißt am Ende sich anstrengen müssen, um unseren materiellen Wohlstand auch noch für die künftigen und folgenden Jahrzehnte zu erhalten oder weiter auszubauen. Dazu braucht es, mein Minister sagt das an vielen Stellen, ein entsprechendes Investitionsklima, wahrscheinlich auch eine neue Gründungskultur. Die Bereitschaft mehr Mittel auch für Innovationen, für Investitionen und für die Erneuerung der Infrastruktur bereitzustellen. Also das ganze komplette Bündel. Bei all dem kommt die Bundesregierung zwar voran, gleichzeitig erlebe ich mitunter auch eine gewisse Selbstzufriedenheit, die auf der Erwartung basiert, dass schon alles irgendwie so weitergeht. Die Haltung der Öffentlichkeit gegenüber den Handelsabkommen mit den USA ist für mich auch in diesem Zusammenhang bezeichnend. Ich habe das eben als zwischen Dogmatismus und Desinteresse genannt. Noch einmal vielleicht zum Schluss, nicht jedes Verhandlungsergebnis sollte Europa akzeptieren, aber wir sollten ein grundsätzliches Interesse an internationaler und auch interkontinentaler Kooperation haben. Das war eigentlich immer in der Bundesrepublik Konsens. Wann der sich sozusagen auch beim Bürger ein bisschen aufgelöst hat, mag ein Prozess sein, den wir vielleicht auch noch gleich besprechen können. In dieser Hinsicht tut auch die Wirtschaftswissenschaft entsprechend gut daran, in die unangenehme Rolle des ständigen Mahners zu schlüpfen, regelmäßig auf die langfristigen Herausforderungen hinzuweisen. Frau Professor Schnabel, der Sachverständigenrat, tut das. Er tut das nicht immer so, dass wir gleich Hurra rufen, sondern auch dann gibt es ernsthafte Debatten. Ich wäre jedenfalls vorsichtig zu behaupten, dass das, was im Gewand der ökonomischen Vernunft daherkommt, immer weitsichtiger ist als das, was die Intuition der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Das läuft manchmal ein bisschen auseinander. Mindestlohn habe ich als Beispiel genannt. Kollektive Intelligenz und ökonomische Vernunft, glaube ich, hier heißt es irgendwo, tja, mit Intelligenz und Vernunft, da sind durchaus menschliche Eigenschaften gemeint. Nur wissen wir als Menschen eben auch, dass das Kollektiv in der Realität nicht immer intelligent ist und die vorherrschende ökonomische Lehre ist nicht immer vernünftig. Kurzum, wir sollten vielleicht nicht der Vorstellung anheim fallen, alles Menschliche ließe sich in irgendeiner Form homogenisieren. Meine Damen und Herren, mit diesen Widersprüchen müssen wir wahrscheinlich leben, mit diesen Widersprüchen machen wir vielleicht eine gute Diskussion. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf das Weitere, was kommt und sage Ihnen, ich muss leider um halb sechs weg, also sehen Sie es mir nach, wenn ich nur noch eine knappe Stunde dabei bin. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.